Was schauen wir denn heute für Bilder an? Na, abriss Schützenhaus. Ach so? Müssen wir die unbedingt angucken? Na klar doch, sonst denken doch manche Leute das Schützenhaus Städten noch. Ach so, ja, na dann ist das schon wichtig, ne? Wie viele Bilder hast du denn da gemacht? Na, ich denke so 500 Stück hoch schon gemacht. Na ach du Scheiße, bist denn du doch ganz sauber? Na ja, das liegt an der Digitaltechnik. Du kannst ja doch Bilder ohne Ende machen. Na, du hast ja auch wieder recht. Das war damals schon schöner, ne, mit den Filmen. Wo du maximal 36 Bilder drauf machen kannst. Ja, das hat ja seine Nachteile gehabt, ne? Meistens war ein Drittel unscharf und das Zweedrittel war dann unterbelichtet. Ja, wie im richtigen Leben, ne? Ja, und das letzte Drittel, das kannst du auch gucken. Wie viele Bilder sei das dann? Na, zwölf Stück. 36 durch drei. Ach so, ja, klar. Mathematik. Na, dann schauen wir uns die Bilder mal an, hä? Weißt du, das hat ja seinen Vorteil mit den vielen Bilder. Du kannst dir mal lieber in die Küche gehen und holst dir mal zwei Bier. Na, meinst du nicht? Bei der Anzahl von den Bildern, du wärst doch besser, wenn ich den ganzen Kasten gleich mit rüber bringe. Na, du hast auch wieder recht. Dann bringst du mal den ganzen Kasten rüber. Na, na, du kann man auch gleich mit uns aufmachen, hä? Na, aber sicher doch. Na, dann, dann brust. Brust. Müssen wir da dazu auch was erzählen? Na, ich denk schon. Sonst schau doch die Bilder keiner an. Na, das heißt ja, das hast du aber auch oft fotografiert, ne? Und da noch von hinten. Oh, na, ich hab gedacht, von vorne, da kann das ja jeder, ne? Die Bilder, die haben ja auch noch gar nichts mit dem Abriss zu tun, hier. Na, ja, das sei, die Bilder, die hatte ich noch auf dem Rechner gehabt. Die Hochschalt ist ja da hier hinten mit nachgeklatscht. Na, sie können es aber langsam mal anfangen, hä? Na, warte doch mal, der Bauzau, der steht doch schon. Und der Ebersbacher, der wird auch gleich kommen. Na, wenigstens haben sie hier schon mal mit den Ausrahmen angefangen. Na, da hätte ich bestimmt noch was gebrauen können. Na, also ich hätte das ganze Holz ja hier verbrannt, ne? Das sei doch Spanplotten, die darfst du doch gar nicht verbrennen. Na, ja, das kommt drauf an, in welcher gesellschaftlichen Position man steht, ne? Wie meinst du denn das jetzt, ne? Na, zum Beispiel darf ich in meiner gesellschaftlichen Position keine Steuern unterziehen. Hm. Da hab ich noch gar drüber nachgedacht. Weißt du, deshalb gefällt mir die Natur so. Da ist alles gerecht und alles sei gleich. Wie jetzt? Na, zum Beispiel, wenn jeder 10 Minuten die Luft erhält, dann hat es für jeden die gleichen Folgen. Du kann keiner Beschuss machen. Also ich kann zwei Minuten die Luft erhalten. Ja, und ich kann länger als sie. Hamel erliebt in Scheid. Sag mal, warst du da eigentlich einmal drinnen gewesen? Wurde es noch offenbar zur Disco? Na, na, ich war da nicht drinnen, um Gottes Willen. Du sei mir viel zu viel leid. Du hast doch Angst. Und zu laut ist es auch. Ach. Und außerdem sei du ein Mädchen. Und wenn mich da einer anschaut, na, da wär ich immer rot und renn raus. Du spinnst doch, was ist mit dir los? Na ja, das war halt so. Warst du denn nun mal drinnen? Ah, ich war doch schon mal drinnen. Na, und wie war's? Na so, und so, weißt du doch, wie das halt so ist mit der modernen Musik? Na, das weiß ich schon. Und wie war's mit Bier trinken und Mädchen angucken? Na klar, was meinst du denn, warum ich sonst da reingegangen bin? Rosenmähe ist da drinnen schlecht zu machen. Hätt ja sein können. Na, wo würdest du denn immer hingehen wollen? Puh, keine Ahnung. Am liebsten in den Wald. Aber wenn's unbedingt sein muss, dann vielleicht mal zum, zum Alice Cooper? Ach du Scheiße. Der ist doch auch schon langsam 80. Eben, der ist auch schon röscher geworden. Der ist nicht mehr so laut. Na weißt du, wo ich immer hingehen würde? Na. Zur Helene Fischer. Ja, aber doch nicht etwa wegen der Musik. Na, wenigstens wegen der Musik. Ach und dann wohl auch nicht die ganzen Leute drumherum. Hm. Oh. Das ist doch keine schlechte Idee, oder? Ne, ich weiß ja nicht. Jetzt war's aber eine Zeit, dass ich hier mal anfange mit dem Abriss. Ich bin schon wieder ganz rot im Gesicht. Ja, rot bist du im Gesicht, ja. Aber die sind doch wieder seit 10 Minuten am Abreißen. Ach, das ist gar mitgekriegt hier an Mann. In meiner Panik. Ja, wenigstens leise ist das Scheuchen mit dem Abriss, ne? Man hört gar keine Geräusche dazu. Ne, man kann ja gar paar Geräusche dazu machen. Ich kann hier mit ein wenigstens was klappern und so ein bisschen Krabumm. Na, na, lass noch mal. Und außerdem, ich, ja, ich kann ja nur Bubzgeräusche. Ich kann ja so machen. Ich höre nämlich im letzten Video durch das Blummskloß synchronisiert. Oh, das hast du schön gemacht. Da können wir mal wieder drauf anstoßen, ne? Na, dann Prost. Prost. So, ein Abriss ist schon was Feines, ne? Na klar. Da bekommt man Lust, mal wieder selber was kaputt zu machen. Schau, beim letzten Abriss, oben vom Rittergut, da haben wir eine neue Küche eingebaut. Und die Alte, die haben wir einfach zusammengekauen. Das ist gut. Da bekommen wir vielleicht jetzt ein neues Bad, wenn sie hier aus Schützenhaus auch reisen. Na, du schaust dir mal das Video mit deiner Frau an. Vielleicht bekommt sie ja Lust. Also, der Vorschlag haben wir. Der steht ja nur davor seit dir. Den kannst du dann schon mitnehmen. Ach gut, na klar. Dann nehme ich dir dann mal mit. Na, dann Prost. Prost. Sag mal, hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, was bei so ein Abriss alles an Material noch zu verwenden wäre? Na klar doch, ich kann dir das mal wieder kreinen, wenn ich sehe, was für schönes Brennholz da wegfliegt. Ach du mit deinem Holz. Na, was hast du denn? Über 100 Jahre getrocknetes Holz. Was meinst du denn, wie das im Ofen lummert? Musst du halt bloß dann die Nägel aus der Ache rauslesen. Es ist halt bloß schade, ne? Dass wir das in einer gesellschaftlichen Position nicht mehr lange verbrennen dürfen. Ach, wieso das denn? Na, wegen der Umwelt und dem Klima und dem CO2 und dem Feinstaub und, naja, und dem Mimimi. Na, verbrennen das Holz heizt ja doch anders als in den letzten 2000 Jahren. Na, auf jeden Fall. Die Natur, die reagiert einfach anders als noch vor paar Jahren. Ach, und wie macht sich das bemerkbar, außer dass das Holz anders verbrennt? Na, zum Beispiel an die Geschlechter. Ach, was hat sich denn da geändert? Die Anzahl hat sich geändert. Also, ich habe immer noch eins und meine Frau das andere. Ich weiß, ich habe das Gegenstück dazu. Na, ja, schon, aber die Nuancen von eins und anderen seien mehr geworden. Ach, das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich gehe mit so den Dummen. Na, worauf du anlassen kannst, du Naturleugner. Na, danke. Du bist schon wieder ganz rot im Gesicht. Etwa wegen dem Geschlecht. Na, na, vor Wut. Und jetzt haust du aber noch. Aua, au, au, ach Mensch. Hör doch mal auf. So hast du es doch nicht gemeint. Na gut, aber halt ist es jetzt ein Klopp. Lass uns lieber mal anstoßen. Na, okay, dann Prost. Zum Wohl. Wo waren wir gleich stehen geblieben? Du wolltest das ganze Holz verbrennen. Ach, und was ist mit dir? Also, wir haben es ja die Eisendrescher angetan. Na, die kannst du aber nicht bekommen. Das Eisen war doch noch dringend gebraucht. Wozu denn? Na, für den Klimaschutz. Da werden Wärmebomben draus gebaut. Na, ach, und was ist mit der Rüstung? Da kommt doch bald der Rüste. Na, dafür habe ich eine Kompromisslösung. Da bauen wir einfach Kanone eben. Na, na, klar, das ist genial. Einmal frei. Na, dann stoßen wir noch mal. Prost hier. Ach, das Bild hier. Das hat es dir angetan, hä? Ha, das hat so was von Weltuntergang. Im Hintergrund so die eingefallenen Mauern, die Ruinen und vorne so die Sintflut. Na, meinst du etwa die Weltwärter untergehe? Na, das vielleicht nicht, aber das mit dem Homo sapiens, das wird wahrscheinlich demnächst wegen grenzenloser Dummheit gecancelt werden. also das Einzige, was mir zu dem Bild einfällt, das ist die Szene, als Erik der Wikinger als Atlantis West untergeht. Ja, genau. Alle im Chor singen. Wir sinken nicht. Wir sinken, sinken nicht. Wir sinken, sinken nicht. Ja, Gott verdammt, Panikmacher. Ja, klar, genau, ne? Wir sinken, sinken nicht. Atlantis West geht unter Hallen. Wir sinken nicht. Ja gut, dann trinken wir noch mal drauf, ne? Prost. Prost. Jetzt aber mal im Ernst. Was macht man denn hier oben mit dem Platz? Im Anbetracht des Weltuntergangs sollten wir hier einen Bunker bauen. Da kann der Bürgermeister und der Landrat im Ernstfall nach zwei Wochen überleben. Na und was ist mit uns? Na ja, wir versaufen einfach die verbliebenen EU-Fördergelder. Na okay, einmal frei, das ist eine gute Idee. Da müssen wir ja schon wieder anstoßen. Na Prost halt, ne? Da ging doch gerade die Tür, he? Oh, das wird meine Frau sein. Ich hoffe mal schnell, den Kasten Bier wieder hineinzukriech und dann raus mit dir, am besten durchs Fenster. Na, das ist doch nicht mein Problem. Und zum Fenster raus, das ist eigentlich dein Gebiet, wenn irgendwelche Mädels kommen. Wie jetzt? Na klar, was denn nimmer, damals, wo dein Kumpel kam zur Fasnacht, verkleidet als Rotkäppchen, und du bist, als deine Mutter gesagt hat, da steht ein Mädel vor der Tür, zum Hoffenstern ausgeflüchtet. Ach Mensch, wieder die alten Kamellen, muss ich mir denn das ewig auch hören. Eigentlich funktioniert das ja anders. Es kommt doch der Herr mit der Leiter ans Fenster der Frau. Jedenfalls war das damals so. Na gut, heut war das über gewisse virtuelle Plattformen abgewickelt. Da muss man auch nicht unbedingt persönlich erscheinen. Das stimmt, und wenn man rot wird, dann sieht es auch keiner mehr. Na, dann lassen wir sie mal reinkommen, ne? Die trinkt bestimmt auch ein Bier mit, und Bilder guckt sie auch gerne an. Oh, und mich kann es eigentlich auch ganz gut leiden. Du kannst heute im freien Zimmer schlafen. Du bist doch eh mit dem Auto da. Nein, und frei, nur dann Prost. Und jetzt schauen wir nur bei den anderen Filmen an, vom Schützenhaus. Da wo ich gepupst habe. Na, genau so machen wir es, ne? Lalalala. Lalalala. Achso, lalalala muss ich immer noch sagen, ne? Ich sage es nichts mehr. Komm, guck mal, hier. Prost. Mensch, guck mal, da kommen ja immer noch Bilder. Hört denn das überhaupt nicht auf? Ja, vielleicht waren es doch mehr als 500, he? Du bist gut. Was ist denn der Speicher gerade drin gehabt? Was auch nicht? 64 Gigabyte. Mei, mei, du sitzt mir, ach, da müssen mal viel Bier trinken, he? Wir können noch was singen. Was singen wir denn denn? Lalalala? Ja, ist doch kein Lied. Wie hat er aber gesungen? Hat gesungen. Lalalala, Text vergessen, scheißegal. Ja, so ähnlich. So machen wir das, ne? Oh, auch ne Gänse Reihe, mein Frau. Guck, hier, hier, kannst du gleich Bier trinken, hier. Ja, ne Eime frei. Moin arbeiten, nee, schlafen, Kopf, Auge, später wieder.